Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Parten Metro 2033 Redux. Ja, ich soll hier jetzt den Tunnel irgendwie zum Einstürzen bringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für die Kommentare bedanken. Ah ja, da schießen sie schon. Vor allem auch, weil... Alter, mein Herz! Vor allen Dingen auch, weil es ja doch den einen oder anderen sehr zu amüsieren scheint, wie ich mich hier anstelle, ne? Ach guck mal, da sind Fallen. Wo muss ich denn lang? Oh mein Gott! Oh Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, na, da geht ja schon gut los hier. Ähm, ja bitte. Oh Gott. Hey, mein Herz! Da habe ich... So schnell habe ich das eh nicht gefunden. Ich fange mal nochmal an. Ja, ich habe ein Déjà-vu, hier stand ich doch heute schon mal. Wenn ich jetzt hier gehe, dann kommen die nämlich. So, guck mal, und dann renne ich hier zurück. Schießt ihn mal kaputt. Im Buch bin ich übrigens jetzt ungefähr an derselben Stelle. Also ich musste da, ähm, im Buch noch nichts, ist noch nichts zum... Zum Andi, ähm, in die Luft jagen gewesen. Also da war beim Buch jetzt einfach nichts... Ah, fuck! Ah, mach die mal kaputt hier. Danke. Aua! Ey, der haut mich noch! Ich muss mal... Ich nehme mal einen Medipack, ey. Bin ja noch nicht sehr weit gekommen jetzt, wa? Ey, wie soll ich denn da jemals ankommen? Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Dann gute Nacht, ey. Okay. Ich laufe. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Oh, nicht gegen die... Oh! Ah, Mann! Geh weg, geh tot! Stirb jetzt! Oh, nicht ich! Ja, nee, das war irgendwie... Ach, du Schande! Na, ich merke schon, da werde ich, ähm, jetzt ganz viel Spaß haben. Oh, ich hab aber auch nicht mehr viel... Ich hab einfach insgesamt nicht mehr viel Mut. Das ist halt kacke. Ja, was soll ich machen? So ist das Leben jetzt. Muss das irgendwie gehen hier. Kann nicht mal jemand von euch mitkommen, ihr Helden, ey! So, und jetzt... Hoffe ich. Ich hab hier ein paar angelockt. Ja, prima. Ah, ich trau mich nicht. Ich bleib hier stehen, du. So. Alter, der ist doch direkt auf mich zugesprungen! Guck dir das an, die... Komm, der ist... Das find ich echt kacke! Nee, das find ich aber echt total kacke jetzt. Guck mal, ich geh jetzt einfach... Ich lauf jetzt hier lang. Ah, und ich lauf wieder zurück. Da kommt was. Miii, da kommt was und macht das kaputt. Man soll die doch immer zum Tank bringen, die Mops, ne? Ja, nachladen. Ich helfe dir gleich nachladen. Ja, mehr ich. Wo kommt man denn an, wenn man hier so lang rennt? Vielleicht muss ich da gar nicht rum, weißt? Wow, was ist denn hier? Okay. Okay, okay, okay. So, wo bin ich denn hier jetzt? Ach, guck mal, da liegt doch was rum. Gott, ey, mein Herz. Rennen, einfach schnell rennen. Das hilft immer. Kann ich mal nachladen? Muss ich nicht nachladen? Ha. Gut, da hab ich noch ein paar Schuss, ne? Ich nehm jetzt hier die... Die lieber. Wo? So, das ist hier die Bombe, oder was? Ja, sieht so aus, ne? Stürp, 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 stürp. Stürp, stürp alle. Stürp doch. Aha, aha, aha. Oh Gott, Midi-Pack, 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 sofort. Ah, fick doch die Henne, ey. Okay, also so, ähm, da kommen zwei, ja? Okay. Okay, 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 okay. Dann nehm ich jetzt die zum Hinrennen. So, die bring ich jetzt hier wieder hin. So. Hallo, erschießen bitte. Ach, die rennen da so doof. Komm her, ich renne jetzt einfach, komm. Rennen, 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 ren Pistole. Renn, 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 renn. So, jetzt nehme ich das Ding auf. Ach, ist das eine Scheiße, ey. Ja, jetzt umdrehen, umdrehen, umdrehen. Aha. Der könnte auch mal ruhig nachladen hier dann so zwischendrin, ne? Also ich meine nachladen und ich meine zwischendrin speichern. Hey, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ah, jetzt hat er gespeichert. Er hat gespeichert, er hat gespeichert. Oh my goodness. So, und jetzt renne ich hier mit dem Container wo denn hin? Na, hier nicht hin. Jetzt renne ich damit wieder zu denen zurück. Pass auf, ich renn, 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 renn. Mit dem Container, sag ich Kanister. Ich bin schon total wirr, ey. Okay. Okay, 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 okay. Oh, oh, nein, 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 nein. Lass mich da durch. Gut. So, und wo muss ich jetzt damit hin? Oh Gott, jetzt hab ich einen von meinen Leuten erschossen. Ne, ja, so ist das mit mir. Gut. Aber wo muss ich denn damit hin? Hallo? Hallo? Wo muss ich denn hin damit? Ähm. Ja, das nehm ich doch mal mit. Kann ich hier was in die Luft sprengen? Wo? Oh nein, wo soll ich denn hin, ey? Ach Gott, ey, mein Herz. Oder kann ich das hier bei denen direkt? Ist das hier? Hier irgendwo? Nee. Aber wo muss ich das denn nur hin tun? Ach, scheiß doch die Wand an, ey. Hier vielleicht? Nee, hier soll ich ja wohl nichts in die Luft jagen, oder? Von hier bin ich ja gekommen. Scheiße, wo soll ich denn hin jetzt? Hm. Vielleicht hier auf die andere Seite? Pass mal auf, dann mach ich das aber anders. Dann mach ich hier nochmal, ich renn... Ja, Magazin leer. Ja, ich renn jetzt nochmal rüber. Guck mal her, ich renn da nochmal ganz durch. Ich renn... Und dann guck ich auf der anderen Seite. Vielleicht muss ich damit nur auf die andere Seite. Aua. Bleib mir hier weg. Ah. Midi-Pak, Midi-Pak, Midi-Pak. Ach, das überlebe ich doch nicht. Ja, das war so klar. Ich hab die auch so schlecht gesehen. Na gut, macht nichts. Das hatte ja... Ich wollte gerade sagen, das hatte ja gespeichert, nachdem die Viecher tot waren. Na, Gott sei Dank. Gut. Okay, die sind jetzt da... Da lang gehuscht. Ich husch hier lang. Hier vielleicht hin? Ich weiß nicht genau, wohin. Das ist halt echt ein bisschen doof, ne? Wo muss ich denn hin hier? Guck mal, ich laufe hier jetzt einfach den Weg lang. Ah, 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 ne, ich laufe hier gar nicht einfach. Ich seh das schon. Ah, ah, ah. Stirb, 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 stirb. Stirb, stirb, stirb. Stirb, stirb. Geh jetzt sofort kaputt, du dreckiges Mist. Mutanten Scheiß-Drecksvieh. Und noch eins. Ach, hier ist es. Oh, na geil. Weißt du, ich werde da angegriffen noch. Ähm, vielleicht sollte ich... Ja, ist ja schön, ne? Ho, 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 mein alter Vater, ey. Ich laufe mal lieber. Aha, da war richtig auf jeden Fall. Ich könnte mal nachladen, während ich renne, ne? Oh Gott, ey. Oh Gott. Oh mein Gott, oh Gott. Lauf schneller! Renn! Renn, 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 renn. Ich bin wieder da. War das noch nicht alles jetzt? Oh bitte, sag mir nicht. Ich muss da nochmal irgendwas machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was soll ich denn noch machen? Ich hab doch da den Tunnel jetzt zum Einstürzen gebracht. Hallo? Aber, hä? Und nun? Hallöchen. Können wir jetzt hier irgendwo... Ja, was? Haha. Ja, der hat jetzt zwar zwischengespeichert, aber wo muss ich jetzt lang, ne? Ja, jetzt hat er ja zwischengespeichert. Jetzt ist nicht so schlimm, ne? Aber die Frage ist, was soll ich jetzt noch tun? Oh, ich könnte ja mal gucken. Da konnte man doch hier irgendwie auf seine... Ähm... Ne, das war es nicht. Das war es nicht. Ach Gott, wie ging denn das noch? Das genau? So. Gehen Sie zur Polis. Finden Sie dort einen Ranger namens Miller. Beschreiben Sie die Situation. Verfluchte Station. Finden Sie einen Weg, die Luftschleuse zu schließen? Na, ich hab da jetzt doch in die Luft gesprengt. Hab ich jetzt noch irgendwas... Hab ich jetzt echt noch irgendwas vergessen? Muss ich da nochmal hin zurück oder so? Ne, ich musste ja vor der Explosion wegrennen, oder nicht? Alles andere macht ja nun auch nicht viel Sinn, oder? Ich guck jetzt andere Seite nochmal. Hier schön am Rand lang. Oh. Ähm. Ha. Was ist hier denn noch? Ja, nehm ich mit. Ne Munition kann ich immer brauchen. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ach, Menno, das ist ja gemein. Habe ich die Luftschleuse nicht dicht gemacht? Muss ich dahin nochmal zurück jetzt, oder? Was soll ich denn tun? Ja, lade nach. Ich renne da jetzt nochmal da nach hinten gucken. Hm? Man kann nie wissen, ne? Midi-Pack. Ja, kann ich brauchen. So. Ja, aber hier ist doch nichts, oder? Nein, hier ist ja nichts. Also hier ist nichts mehr. So. Hm. Ähm, hier war irgendwas zum E drücken. Ah, hier kann ich nicht, auf alle Fälle nicht durchgehen. Da ist doch... Hier war doch gerade irgendwo ein E. Da. So. Da geht's nicht. So, jetzt guck ich hier nochmal. Da kommen jetzt bestimmt gleich wieder Viecher angerannt. Ach, Mann, ey. Ja, bravo. Vier Schuss noch, ne? Das ist ja wohl vollends für den Arsch. Ne, hier ist nichts mehr. Und hier ist auch dicht. Also... Ha, aber wo soll ich... Was soll ich jetzt dann tun? Das verstehe ich ja wieder nicht. Ach, Menno. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwas ganz Simples, weißt. Und ich, ähm... Schnalz halt einfach wieder nicht. Ach, Mensch. Ich gehe jetzt erstmal zu meinen Homies zurück. Und würde sagen... Ich erkundige mich mal, ne? Bevor ich jetzt hier noch dreimal hin und her laufe. Und den habe ich schon ausgelootet. Bevor ich jetzt hier nochmal dreimal hin und her laufe, werde ich mich mal schlau machen. Wo es hier... Was ich jetzt hier machen soll. Ich bin da irgendwie... Noch ein bisschen... Ach so, ich... Das habe ich schon genug. Noch ein bisschen überfordert. Ach, guck mal. Hier geht es noch hoch. Hier bin ich ja noch gar nicht gewesen. Oh. Oh. Habe ich nicht auch irgendwie... Alter. Kann ich hier nicht irgendwie... Ey, was ist denn hier los? Ja, ich habe keine Moon mehr, ne? Ich muss mal gucken. Ich glaube, man hat aber Nahkampfangriff auch, ne? Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Au. Okay. Ähm, ich lade mal den letzten Speicherpunkt. Ich wollte mich jetzt sowieso... Hier, pass mal auf. Hier. Mache ich das hier so. So. Und würde sagen, ich mache hier jetzt... Ähm, nächstes Mal weiter. Da geht es also noch Treppen hoch. Na, das ist doch gut zu wissen, Mensch. Mensch. Sag mir das doch einfach. Und ja, dann wird es nächstes Mal hoffentlich klappen. Gott, was für eine Action. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Vielen Dank.